... Wollah, Piep-top, toll wie die Busch arbeitet. Wenn wir die Transportaufdrech mal, ich nehme ihn. Und? Bist du weit vorne? Nach hinten? Ja. Wir fahren mit langsam runter in den Anstieg. Nach hinten? Nach hinten? Nach hinten? Nach hinten? Nach hinten? Jetzt die Gabel nach vorne zu senken. No, no steht. No. Jetzt... Warte. Oh, ich weiß schon, warum du kratscht. Vorsicht. Ne. Ich probier halt. So, jetzt sind wir perfekt, Brunner. Dann mo ab. Mach mo hin die Luke zu. Oh, fickerei. Und spannend. Ach schon spannend. Jetzt hab ich gespannt, aber... Das sieht nicht gut aus. Versuchen wir jetzt. Ja. Warte. Nein. Es hält. Es hält. Es hält. Es hält. Es hält. Ja. Ja. Genau so belädt man... ...die verdammte... ...unser... ...wie nennt man... ...unser Schild... ...unser Buggy. ...unser Buggy. Es ist ein Buggy. Vielen Dank.